Wir haben beschlossen, ein Kind zu haben, weil wir hatten ein freies Zimmer, so eine Art Rumpelkammer. Und je länger ich mir den Saustall da drin angeguckt habe, desto klarer ist es für mich gewesen. Ein Kind. Ja, bei den Arbeitszeiten kommt man ja zu nix. Die Spätfilme sind erst nach Mitternacht zu Ende. Da haben Sie sicher einen Schlüssel für den Vorführraum gehabt. Schon, ja. Sagen Sie, dieses Netzgerät gehört nicht so völlig Ihnen, oder? Ja, das? Nein. Sicher. Das haben Sie auch noch nie in der Hand gehabt. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Nein, das haben Sie. Was ist das? Aus staple jumping. Wo bin ich da? Das war ja nicht. Ich bin da. Da waren es so täglich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.